Wir sind hier auf der IAA und wir von Schaeffler Paravan Technologie präsentieren unsere neueste Generation der Spicetrive-Lenkung, unser SD3 Add-on System. Wir bieten hier die Möglichkeit, über Kabel die Lenkbefehle an den Lenkaktuator weiterzugeben. Wir haben mit der Neuerung beim SD3 Add-on ein voll homologationsfähiges System entwickelt und das bietet uns dann die Möglichkeit, die Industrialisierung voranzutreiben und hier eben bereits erste Kleinserien dann mitzuentwickeln.